In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man auf YouTube, wenn Sie Videos, Ihre eigenen Videos auf YouTube aufladen, können Sie die Videos auch auf YouTube zusammenschneiden. Ihre ganzen Videos können Sie ja unter dem Videomanager finden und da finden Sie jetzt ein beliebiges Video, das Sie zusammenschneiden wollen. Und zum Beispiel nehme ich jetzt hier eins mal und wenn Sie hier drauf drücken, können Sie erst mal unter Informationen und Einstellungen natürlich den Namen des Videos verändern und die Einstellung, ob es privat ist oder öffentlich ist. Oder dann hier können Sie das Video verbessern. Klicken Sie einfach mal da drauf und hier bekommen Sie jetzt schon mal so eine Seite, das ist der Video Editor. Hier können Sie eigentlich ganz einfach erst mal das Video zusammenschneiden und Sie können auch hier die Bildkorrektur machen. Sie können verschiedene Farbeffekte haben. Und auch was gut ist, wenn man oft die Kamera benutzt und das Video schwankt ein bisschen, dann kann man das hier stabilisieren. Einfach drauf drücken, stabilisieren. Und dann, wenn man das Video speichert, nachdem Sie das zusammengeschnitten haben oder stabilisiert haben, dauert das ein bisschen, bis es live ist. Bis die neue Version live ist. Um hier noch ein paar mehr Möglichkeiten zu haben, um das Video zu verändern, klicken Sie hier einfach auf YouTube Video Editor testen. Und das ist hier ein bisschen mehr Advanced, ein Programm, wo Sie Möglichkeiten haben, Videos, hier sind alle Ihre Videos, zeigen sich hier oben auf. Da können Sie einfach ein Video Clip hinzufügen und dann ist jetzt hier die Timeline. Und in dieser Timeline können Sie den Clip zusammenschneiden und Sie können auch einen anderen Clip zu diesem Clip, zu diesem Video hinzufügen. Das ist der YouTube Video Editor, der es Ihnen möglich macht, online Ihre Videos zusammenzuschneiden mit dem YouTube Editing Program. Viel Spaß!